Na Kollege, wie warst du in der Schule heute? Und? Deutsch und sowas? Deutsch? Englisch. Ist ja ganz schön straffig, Deutsch. Ja, geht. Wenn die Lehrer die ganze Zeit nerven, ist ja schon... ...blöd. Ja. Weißt du, wie du erst schnell nach Bauern kommst? Wir haben da ein Wundermittel. Was tun wir? Was tun wir? Was tun wir? Wir gehen uns hier so ein bisschen. Probier's einfach. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Komm. Hey, was ist hier los? Hey, Hilfe! Hilfe! Denk für einer! Hallo! Was ist denn hier los? Hier ist ganz... Wir wollten nur mit unserem Freund sprechen. Ja, ich möchte mich aber auch so sehen, ne? Ja. Wollt ihr mir Drogen andrehen? Das stimmt gar nicht. Nein, nein, nein. So? Nein. Das ist eine Lüge. Das stimmt. Okay, aber warum ist er denn weggelaufen? Ja, wir wollten ihn überlegen, aber der hatte einfach keine Lust. Stimmt das so? Nein. Wollt ihr Drogen andrehen? Nein, nein. Hügner? Nein. Wir wollten noch mal fahren, müsst ihr mit euch gleich nochmal sprechen und im schlimmsten Fall ein bisschen eure Taschen müssen. Ja, okay. Können Sie machen. Ja. 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 Ja.